So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder da. Ich wollte mich mal bedanken für die zahlreichen Klicks, die ich bekommen habe. Das finde ich echt super geil von euch. An dieser Stelle möchte ich mal etwas ankündigen, denn ich bin gerade auf meinem Rockstar Trip. Das heißt nicht, dass ich jetzt GTA Let's playe, sondern ein anderes Spiel. Und eins kann ich euch versprechen, Leute, das Spiel ist das mit Abstand emotionalste, beste, storytechnisch erzählte Videospiel in der Open World. Das ist wirklich das wahnsinnigste Game der Welt. Und wer kann sich denken, um was es sich handelt? My name is John Marston and this is my Red Dead Redemption. Na, kommt ihr drauf? Es handelt sich natürlich um Red Dead Redemption. Wir spielen John Marston. Wann das Ganze anfängt, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt übrigens mein PC, habe noch kleine Startschwierigkeiten, wie das so immer ist. Da hat man mal dies, mal das mit Passwort und der ganze Scheiß, was man am Anfang so zu tun hat, ja. Das ist halt immer so ein Mist, ja. Der neue YouTube-Channel steht fast. Leute, da fehlt es nur noch an Kleinigkeiten. Und, ähm, ja. Zum Ende des Videos sage ich nur ein. Bye, bye. Servus. Outlaws to the end.